Und alles veränderte sich im März 2020. Die meisten Gouverneure haben ihre Staaten geschlossen. Was daraus folgte, war eine Rekord-Arbeitslosigkeit. Konkurse, die meisten Schulen wurden geschlossen und die Gemeinden litten. Die Wirtschaft der USA kam zu einem abrupten Stopp. Lassen Sie mich das deutlich sagen. Nicht Covid-19 hat die Wirtschaft zerstört. Die Regierung hat die Wirtschaft zerstört. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, was die Frau da gemacht hat und was sie auch noch weiter erzählen wird, widerspricht mit einem sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit den WHO-Richtlinien. Und da wir schon zwei Strikes haben, hören wir dann hier mit dem Video auf. Du findest aber in der Videobeschreibung und in dem angehefteten Kommentar die Links für das ganze Video. Vielen Dank und weitermachen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!